Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, boah! Yen Vinidos al Ecuador. Ja, liebe Freunde in Quito, ich habe erfahren, bei euch gibt es auch sowas wie ein Oktoberfest. Und euer Bier heißt Paramo. Ich glaube, das ist bestimmt genauso gut wie unser Bier hier im Hofreuzelt. Und es würde mich freuen, wenn wir es vielleicht mal schaffen, dass ihr zu uns kommt oder wir vielleicht sogar zu euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr habt eine genauso gute Stimmung wie hier bei uns. Macht es gut! Servus!